Was der Anlage jetzt noch fehlt, das ist ein kleiner Ort in Bahnhofsnähe. Wählen Sie im 3D-Editor die Kategorie Immobilien. Mit dem Suchbegriff Rübeland, mit UE geschrieben, finden Sie eine Auswahl passender Häuser. Hier gibt es das Haus Doreen, Etienne, Evelyn, Jacqueline, Kathleen, Lorraine, Maiklin, Mirko und die Gaststätte Tanne. Drücken Sie die Escape-Taste, um nicht mit den folgenden Klicks ungewollt weitere Kopien der Gaststätte auf die Anlage zu setzen. Dann können Sie jedes der Häuser auswählen und an seinen Platz verschieben. Wenn Sie die Gaststätte nicht ganz an die Straße heranschieben, dann haben Sie später noch Platz, um Tische und Bänke davor aufzustellen. Die Häuser links und rechts können Sie hingegen nahe der Straße aufstellen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020